Musik Herzlich willkommen zu unserer Sendung Hoffnung um 12. Jesus lädt uns in seinem Wort ein, zu ihm zu kommen. In Matthäus 11, Vers 27, da steht, Ruhe geben, das ist heute in unserer Zeit etwas ganz Wunderbares und Besonderes in dieser hektischen und stürmischen Zeit. Und wenn du zu Jesus kommst, dann zieht Ruhe in dein Leben ein, in dein Herz. Hoffnung um 12, wir wollen dich wieder ermutigen, heute auch zu dem Thema Gottes Gegenwart im Alltag. Lass uns dein Gebetsanliegen wissen auf gebet-admissionswerk.de oder im Chat oder auch am Telefon bis 13 Uhr. Gottes Gegenwart im Alltag. Wie können wir Jesus lieben? Der eine oder andere würde sagen, ah ja, da muss man viel beten, da muss man eine gute Spende machen, da muss man das und jenes. Aber in der Bibel heißt es, wir lieben Jesus, wenn wir seine Gebote halten. Und wenn wir das tun, dann liebt der Vater Jesus und er wieder uns und hin und her geht es dann. Das ist eine wunderbare Sache, Gottes Gegenwart im Alltag, wenn wir seine Gebote halten. Wenn wir jetzt nicht mit einem Strafkatalog wie bei den Verkehrsdelikten da laufen, das darf ich nicht, jenes darf ich nicht, nein. Wenn wir wirklich nach seinem Wort gehen, laufen, handeln und dann, das ist ein Ausdruck, dass ich Jesus liebe. Es ist auch so, man schätzt auch die Eltern, wenn man wirklich das tut, was sie gerne haben. Und das ist auch ein Ausdruck von Liebe und noch viel mehr bei unserem himmlischen Herrn und Vater. Gott lieben ist wirklich seine Gebote halten und Gottes Gegenwart im Alltag. So viele schieben Gott in die Kirche oder in die Gemeinde und dort begegne ich Gott und in die Andacht. Aber ansonsten, ja, Gott muss ja auch mal was tun. Nein, Gottes Gegenwart möchte wirklich in deinem ganzen Alltag immer, immer, immer mit dir sein. Ich danke dir, Herr, Herr, dass du uns deinen Heiligen Geist gegeben hast, dass das möglich ist, dass du immer in jeder Situation unseres Lebens mit dabei bist. Lass uns richtig handeln, lass uns wirklich nach deinen Geboten auch leben, Herr, danke, Herr, und uns die Liebe dir gegenüber ausdrücken, Herr, dass wir es ernst meinen, dass wir nicht eine Sammlung haben von verschiedenen Vereinen und Clubs und sind auch noch Christ, sondern, Herr, dass du nicht ein Verein bist oder irgendwie ein Club, sondern, dass du Jesus bist, der mit uns geht. Auch da, wo keiner mehr hilft, wo keiner mehr da ist. Ich danke dir dafür. Amen. Amen. Eine Mutter schreibt uns ihr Gebetsanliegen für ihren Sohn. Guten Tag, liebe Geschwister. Bitte betet für meinen Sohn. Er ist 40 Jahre alt. Er hat einen bösartigen Tumor an der Speiseröhre. Sehr groß und er kann nur schlecht schlucken. Psychisch geht es ihm sehr schlecht. Er hat sehr viel Angst vor dem Sterben. Bitte betet für ihn, dass er zum lebendigen Glauben kommt und auch für Heilung und ein Wunder vom Herrn. Vielen Dank. Jesus, und du siehst das Herz der Mutter, die so verzweifelt ist um ihren Sohn und ich danke dir, dass du wunderbar auch da eingreifst, dass dieser Sohn wirklich auch dich erkennt und dass er dich wirklich annimmt. Danke, dass er sieht, dass es ohne dich nicht geht. Danke, dass du ihm begegnest und danke, dass du ihn auch heilst, dass du diesen bösartigen Tumor wegnimmst, dass jede Krebszelle eintrocknet im Namen Jesu, durch das Blut Jesu. Und ich danke dir, dass er frei ist von jedem Krebs. Danke, dass du mit ihm bist und dass du ihm auch die Angst nimmst. Danke, Jesus. Du bist der Herr. Du bist ein Gott, der hilft. Und wir danken dir, dass du eingreifst. Amen. Amen. Ein Mann bittet für seine Frau, die Corona hat und im Koma liegt. Meine Frau ist auf der Intensivstation mit Corona und Lungenentzündung im Koma mit Beatmung. Bitte, bitte betet mit für Rettung und Wiederherstellung. Jesus, und du siehst diese dramatischen Geschichten mit dem Corona und du weißt auch darum und ich danke dir, dass du eingreifst bei dieser Frau. Danke, dass du der Herr bist und auch jeden Virus besiegt ist im Namen Jesus. Danke, Jesus, dass du sie vollkommen wiederherstellst, dass dein Heilungskraft fließt, dass sie aufwacht aus dem Koma und dass du ein Wunder tust an ihrem Leib. Danke, Jesus. Amen. Amen. Schreibt uns dein Anliegen. Wir beten gerne für dich. Die Infos sind eingeblendet. Eine Frau verliert ihre Arbeitsstelle und bittet um Gebet. Liebes Missionswerk, werde aufgrund eines Standortwechsels meines Arbeitgebers meine Arbeitsstelle verlieren. Ich bin 53 Jahre alt und befürchte, dass ich wenig Chancen auf dem Arbeitsmarkt habe. Zudem weiß ich gar nicht, wohin mit mir und habe gar kein Ziel. Bin sehr verzweifelt und fühle mich völlig orientierungslos. Ich benötige dringend eure Gebetsunterstützung, dass ich einen neuen, passenden Arbeitsplatz bekomme. Vielen Dank für euer Gebet. Ja, das ist die Normalität im Leben, dass man mit 53 schweren Arbeitsplatz noch bekommt. Was wir erlebt haben in unserem Team, dass eine Frau, ich glaube, ist 60 Jahre alt, hat eine neue Arbeitsstelle bekommen, eine Traumarbeitsstelle. Und das macht doch wieder Mut, dafür zu beten, dass auch du eine bekommst, so eine richtige Traumarbeitsstelle. Und alle, die sagen, oh ja, will ich auch, häng dich mit dran. Danke, danke, Herr, dass du Unmögliches möglich machst. Herr, dort, wo es vor Menschen nach menschlichen Regeln überhaupt nicht mehr geht, da gibt es deine Regeln. Und ich danke dir dafür, dass du es möglich machst, Herr, dass diese Frau wieder eine neue Arbeitsstelle bekommt. Und nicht nur eine Arbeitsstelle, sondern eine bessere. Danke. Amen. Amen. Per E-Mail erreichte uns folgendes Gebetsanliegen. Ich leide seit circa zwei Jahren an Wirbelgleiten der Lendenwirbel. Dies engt die Nerven im Wirbelkanal ein, sodass ich ohne starke Schmerzen nur noch ein paar Meter gehen kann. Danke, Herr, dass wieder die Wirbel und die Nerven und alles wieder an seinen Platz kommt und alles seinen Platz hat und seinen Spielraum, um funktionieren zu können. Und ich danke dir dafür, Herr, wir rufen da in die ganzen Wirbel-Normalität, deine göttliche Normalität hinein. Herr, danke, Herr, dass du das Wunder tust und dass wir es hören dürfen und sehr bald hier vorlesen dürfen. Danke. Amen. Amen. Eine Frau schreibt von Gottes Eingreifen in finanziellen Schwierigkeiten. Ich möchte Ihnen von zwei Gebetserhörungen berichten. Seit meiner unfreiwilligen Trennung von meinem Mann habe ich jeden Monat gebankt, ob er die Raden für einen damaligen Kredit überweisen würde. Er wollte ihn erst nicht übernehmen. Vor kurzem hat er ihn komplett abgelöst. Ich hatte eine sehr hohe Tierarztrechnung zu bezahlen. Im April diesen Jahres hatte ich eine Gutschrift über eine Heiz- und Betriebskostenabrechnung bekommen. Damit konnte ich die Rechnung bezahlen. Ja, Gott sorgt immer wieder, auch in finanziellen Schwierigkeiten. Vertrauen in Gott. Eine Frau schreibt, ich durfte erleben, dass Jesus sein Versprechen hält. Meine Arbeit macht mir schon lange Zeit keine Freude mehr. Ich war hin und her gerissen zu kündigen. Predigten, die Telefonandachten und die Sendung Hoffnung um zwölf gaben Ermutigung. Plötzlich wusste ich, was richtig war und habe nach 29 Jahren meine Arbeitsstelle zum 31. Mai diesen Jahres gekündigt. Ich vertraute Jesus. Er hat auch für eine neue Arbeitsstelle gesorgt. Am 1. Juni habe ich sie angetreten und ich bin glücklich und zufrieden und voller Dankbarkeit. Dank sei unserem Schöpfer und Versorger. Er tut Wunder. Danke auch euch für eure Gebete und den unermüdlichen Dienst im Reich Gottes. Ja, im Mai gekündigt und im Juni die neue Arbeitsstelle. Wie wunderbar ist doch unser Gott. Gott hilft auch in Prüfungszeiten. Am 23. August hatte ich Theorieprüfung und wurde diesmal wirklich vom Heiligen Geist geführt. Ich habe mit Gottes Hilfe bestanden und danke für seine Führung und auch euch für euer Gebet. Auch verzwickte Situationen löst Gott auf seine Weise. Vielen Dank für eure Gebetsunterstützung, schreibt jemand. Die Verwaltung reagierte und wir nehmen einen anderen Handwerker. Ich hatte auch Kontakt mit einigen Nachbarn. Ich bin so glücklich, dass ich mit den Nachbarn sprechen konnte, die ich völlig falsch eingeschätzt hatte. Gott führt seine Sache einfach prima. Er hat die Übersicht. Ja, das stimmt. Er hat die Übersicht über unser Leben und wir dürfen es ihm anvertrauen. Gott hat einen Plan, sehen wir in der letzten Geschichte. Und wir müssen aber auch wirklich darauf zugehen, auch mal dann mit jemandem reden, was in dem Fall war. Und er hat wirklich einen Plan und du hast bestimmt auch solches, so etwas erlebt, wo Gott dir so geholfen hat. Lass es uns wissen. Wir würden es gerne hier vorlesen. Und die WhatsApp-Nummer ist eingeblendet, wo du es darauf schreiben kannst. Spürst du Gottes Gegenwart im Alltag? Sagst du, manchmal schon, ganz besonders nach dem Gottesdienst. Ich sage dir, wenn du sie verloren hast im Alltag, er lässt sich finden. Er lässt sich finden. So wie Maria Jesus verloren hat im Tempel. Sie gingen ja heim und dachten, Jesus ist irgendwo bei der Verwandtschaft, er wird schon mitkommen. Ja, und sie ging wieder zurück, die Maria, und hat Jesus gefunden. Und Jesus hat gesagt, was suchst du mich? Du musst doch wissen, dass ich hier bei meinem Vater bin. Und ich glaube, wir müssen auch wissen, dass wir auch zu unserem Vater, zu unserem himmlischen Vater gehören. Und das Bindeglied ist wirklich Jesus, der Heilige Geist. Das ist so wunderbar. Und suche wirklich im Alltag Gottes Nähe. Er lässt sich finden. Ja, und du kannst uns weiter deine Gebetsanliegen schicken und heute auch am Telefon bis 13 Uhr. Ja, und schau mal auf unserer Webseite vorbei, www.missionswerk.de. Wir haben so ein reichhaltiges Angebot. Und gerade jetzt, wenn es Winter wird, die schönen, sonnigen 37 Grad Berichte von Israel zu lesen, das ist was, wo wirklich das Herz aufwärmt. Ja, wir verabschieden uns nun wieder und wünschen dir alles Gute und Gottes Segen. Schön, dass du dabei warst. Der Herr segne dich. Wusstest du, dass du mit deinen Sorgen und Problemen nicht allein bist? Schick uns dein Gebetsanliegen auf missionswerk.de Dort findest du auch ermutigende Artikel und vieles mehr. Schau doch mal vorbei.